Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja und damit auch einen wunderschönen oder guten und erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Bitcoin bei 27.900 US-Dollar, wenig Veränderung nach momentanem Stand. Trotzdem gibt es ein paar Punkte, auf die wir auf jeden Fall achten sollten für den jetzigen Handelstag oder vielleicht auch für die kommende Woche. Bin gespannt, wo es hingeht oder wohin uns die Reise diese Woche führt. Wir haben ja schon im Marktausblick darüber gesprochen, dass wenig News-technischer Seite irgendwie kommt momentan. Bankensektor ein bisschen erholt, die normalen Stock-Märkte wie S&P und so sind alle schon ein bisschen positiver in den Tag gestartet als Bitcoin. Aber wie gesagt, das werden wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheuen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten durch. 27.900 US-Dollar, wie gesagt, sehr, sehr wenig Veränderung. Wir haben kein Higher High momentan bekommen, wir haben aber auch kein Lower Low nach jetzigem Stand bekommen. Die Psy-Range, über die wir gesprochen haben, werden wir uns das auch gleich mal zu Beginn angucken, wo diese momentan liegt oder wie sich diese entwickelt hat. Da sehen wir, okay, wir sind gestern über dieses Psy-High drüber gesprungen im 1-Stunden-Timeframe. Auch schön mit Vektor-Kensen konsolidieren jetzt hier ein bisschen um dieses Daily Open und um über diese Psy-High-Range. Also gefällt mir momentan nach jetzigem Stand nicht wirklich gut, auch wenn wir drüber gebrochen sind. Die Impulse nach oben hin, die fehlen uns einfach momentan. Wenn wir jetzt aber mal so ganz kurz auf den DAX zum Beispiel gucken, der sehr, sehr positiv in die Woche gestartet ist. Wer sich den Marktausblick angeschaut hat, darüber haben wir gesprochen, dass zumindest eine Erholung bis hier hoch möglich ist. Und dann Bitcoin so ein bisschen vergleichen, sehen wir, da fehlt noch ein bisschen die Impulsivität. Die könnte aber dann kommen, sobald die US-Märkte aufmachen. Deswegen gehe ich erstmal noch ein bisschen zumindest davon aus, dass wir uns zumindest mal hier oben den Bereich um 28.200 US-Dollar holen. Ich mache den Indikator mal ganz kurz aus, weil wir schauen uns dann auch noch mal hier ganz kurz FIP-Level ziehen von unserem Abverkauf. Da sehen wir, okay, hier oben befindet sich unser Golden Pocket. Hier wurden wir bereits zweimal rejected. Umso öfter wir natürlich in diese Box reinkommen, desto öfter oder desto leichter wird es da durchzubrechen. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, stellt es euch wie eine Wand vor, umso öfter ihr dagegen klatscht, irgendwann bricht sie zusammen. Und das war jetzt eben schon das dritte Mal oder das zweite Mal, besser gesagt, jetzt hier. Beim dritten Mal gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal durchbrechen. Und dann weiterhin die Zielzone hier oben, diese 29.200 bis 29.400 US-Dollar antesten. Möglicherweise sind sogar 30.000 US-Dollar drin oder knapp 30.000 US-Dollar, weil hier oben das 1.618 von dieser Bewegung hier oben üben liegt. Und natürlich unser übergeordnetes 1.618 auch. Also ihr seht, es ist schon eine Menge, was da oben wiederum zusammenkommt. Die Märkte, glaube ich, holen sich diese Ranges auf jeden Fall noch, weil hier oben eine Menge Liquidität meines Erachtens nach liegt. Daily Close gucken wir uns auch mal oder beziehungsweise ein Daily Close, doch Daily Close gucken wir uns mal ganz kurz an. War jetzt nicht wirklich spektakulär und auch der Weekly Close brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ist zwar rot geschlossen, muss man ehrlicherweise sagen, aber das nehmen wir jetzt erstmal nicht so ernst. Auch wenn rot geschlossen ist, wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Trotzdem, ich gehe weiterhin ehrlich gesagt davon aus, dass wir nochmal Richtung 25.200 US-Dollar gehen. Kurzfristig sehe ich das Ganze aber erstmal positiv, dass wir zumindest Richtung 29.2, 29.4 hier oben irgendwo diese Range hier oben nochmal treffen. Wenn wir dann natürlich sofort abverkauft werden, gehe ich ganz ehrlich davon aus, dass das Korrekturlevel nach unten hin, diese 25.200 US-Dollar, auf jeden Fall erreicht werden. Übergeordnet haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die Chance ist da, dass wir noch Richtung 22.000 oder sogar 23.000 US-Dollar fallen. Warum? Weil übergeordnet das Golden Pocket, das zeige ich euch jetzt auch mal ganz kurz, wie das gezogen ist von diesem Level aus. Das habe ich gestern ausgesehen, ein bisschen verschoben. Das würde hier in dieser Art 22.700 bis ungefähr 23.000 US-Dollar liegen. Also ihr seht, da kommt eine Menge Confluence da unten zusammen und ich schließe es nicht aus, dass wir diesen Bereich da unten einfach nochmal testen. Aber nach jetzigem Stand 25.200, erstmal ultimativer Support, kriegen wir hier schon einen Bounce, ist es sehr, sehr gut möglich. Natürlich, weil eben auch das 0.382 hier läuft, dass wir dann in den nächsten Leg-Up Richtung 34.000 oder sogar 40.000 US-Dollar gehen. Also man muss hier unten ganz, ganz vorsichtig sein. Ob wir dann jetzt schon hier reingehen, bei dem 25.200 sollte die Korrektur kommen oder erst hier unten. Das werde ich gegebenenfalls dann auch in der Telegram-Talk und Signalgruppe Bescheid geben. Wenn es da irgendwelche Updates gibt oder sonstiges, kommt da gerne rein. Das eigentlich war es jetzt schon ein bisschen zu Bitcoin. Wie gesagt, es ist momentan sehr, sehr wenig los, auch auf einen 1-Stunden-Timeframe gehe ich, wie gesagt, erstmal von ein bisschen steigenden Kursen aus. Und dann hier oben wird es sich entscheiden, setzen wir den Pump weiterhin fort oder nicht. Interessanter Fact, was gerade noch in der Talk-Gruppe war. Wer hat es gepostet? Ich vergesse den Namen immer. CEO. Okay, er hat es gepostet. Auf jeden Fall, Banken nutzten das Discount-Fenster der FED für plus 150 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit den Höhepunkt der globalen Finanzkrise 2008. Ja, ihr wisst, was es bedeutet. Mehr und mehr Kohle wird früher oder später in den Markt fließen. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon der Fall sein wird. Ich glaube aber, dass es sich nicht mehr lange aufschieben lassen kann, dass hier weiterhin oder wieder Geld gedruckt wird. Ihr müsst euch überlegen, 600 Milliarden US-Dollar wurden aus der Supply, sag ich mal, rausgenommen von der FED und 400 Milliarden innerhalb von zwei Wochen wieder in den Markt gepumpt. Und ich glaube, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier hat sich noch weniger getan. Hier gilt weiterhin unsere Range. Ihr seht hier diese Range. Wir haben unsere Posi hier unten abgeholt, wo ich im Video drüber gesprochen habe. Hier, dieses Tief wollten wir uns holen. Hat perfekt ausgespielt. Wir haben uns nochmal hier diese Range, diese gelbe, nochmal geholt, haben aber dann beim zweiten Impuls leider nicht mehr genug Liquidität vorhanden gehabt, um den Trend, sag ich mal, weiterhin nach vorne zu setzen. Deswegen übergeordnet, einfach riesige Seitwärts-Range. Das ist momentan das, was gilt. Wir haben keinen Daily Close unter dieser Range von 1730 US-Dollar gesehen. Somit sind wir weiterhin in Konsolidierungsphase. Nur hier sehe ich das Ganze ein bisschen bearischer. Wenn jetzt Bitcoin natürlich nach oben bricht, ist Ethereum auch ganz klar, dass wir weiter nach oben steigen. Aber hier, wie gesagt, ein bisschen bearischer, weil wir eben diese Seitwärts-Range haben. Und wir nach oben hin, sag ich mal, vier bis fünf Punkte nur haben. Bei Bitcoin, äh, am unteren Rand haben wir viel, viel mehr Berührungspunkte. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin hier momentan, ehrlich gesagt, ein bisschen short eingestellt. Trau mich aber hier ganz ehrlich, solange Bitcoin noch Richtung 29.3 gehen kann, würde ich hier einfach momentan nicht reinshorten. Da bietet sich dann eher hier oben dieser Punkt an, bei den 1860 US-Dollar. Das ist unser letztes Hoch, auch mit einigermaßen viel Volumen, was wir hier oben drin haben. Das kann sich der Markt früher oder später noch holen. Das heißt, wir sind momentan ein bisschen so im Zwiespalt, short, long, pump oder dump. Es lässt sich momentan in diesen Zonen einfach schwer voraussehen. Frisches Geld wartet auf den Markt. Und wir warten jetzt erstmal ein bisschen, was die US-Börsen uns in den nächsten Stunden, sag ich mal, aufhalten. Ob man hier positiv in den Tag startet, glaube ich schon. Genauso wie der DAX mit Erholung geht. Gold geht ein bisschen runter. Könnte dann für die Märkte wieder ein deutlich bullischeres Zeichen sein. So, dann gehen wir noch rüber zu den News. Wie sieht es da aus zu Wochenbeginn? Die Bitcoin-Hashrate mit neuem Höchststand. Und das ist das, was wir seit Monaten und wirklich seit Monaten immer mehr sehen. Wir waren damit noch bei 100 extra Hashes oder wie man auch immer es ausspricht. Und jetzt sind wir schon bei 400. Also es ist wirklich krass, was hier los ist. Beziehungsweise wie viel Miner trotz der, ich sag jetzt mal, geringen Kurse in Anführungszeichen. Wir waren ja schon bei knapp 70.000 und da war die Hashrate schon hoch. Und wenn wir das jetzt vergleichen, ist es schon krass, was hier momentan zumindest vonstatten geht. Ich finde es ein bullisches Zeichen, zwar nicht jetzt für sofort, aber für längerfristig, auch für die Sicherheit etc. pp. ist das ein gutes Zeichen. Und ja, lest euch den Artikel gerne durch. Ansonsten ist eine Telegram-Gruppe drinnen. Und da würde ich sagen, zieh mir das Video nicht noch länger in die Länge. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten oder einen sehr, sehr schönen und erfolgreichen Start in die Woche. Ich hoffe, die nächsten Tage werden ein bisschen spannender werden. Und ja, schaut euch gerne nochmal den Marktausblick an, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt. Link oder einfach auf meinen Kanal klicken und fertig. Und ja, dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.